Finite SteelSky, let's play! Was tun wir jetzt? Herzlich willkommen in der Welt der interaktiven Geschichten. Ich bin Kiki und das ist mein heutiger Gast. Ben! Ben! So, also, wir gucken mal, was gibt's hier noch? Also, ich glaube, wir haben was ganz Entscheidendes übersehen. Und zwar... Und zwar... Diesen Weg hier hinten. Logisch. Ja, da alles Ausgang heißt, ist das etwas verheblich. So, wir haben hier wieder was aus Russland. Irgendwelche Chips mit Pilzen. Alles aus Russland. Irgendwie... Mit Pilzen. Mit Pilzen scheinbar. Schmeckt nach Pilzen. Tatsächlich. Wie so eine Pilzsoße. Hm. Noch mehr Zylindertanks. Da ist eine Tür. Da ist eine Tür. Verschlussmechanismus. Wo geht's denn da hin? Oh. Oh. Hm. Hm? Karte. Okay. Okay. Statusbericht. Ja, Tankabfluss offen. Bla, bla, bla. Aha. Zugriff. Natürlich. Ah, Tür öffnen. Ja, bitte. Easy. Genau. So. Das ist hier noch so ein... Wie wir es schon kannten, ne? Oh! Oh. Hm. Wer? Wer? Oh nein. Oh nein. Oh. Hm. Get out, wow, you damn wrong. Oh nein. Stop. Tell me what you want from me. You won't be needing this robot when you're going. Ui. Danke, Joey. Joey. Poor Joey didn't last long in that show. Ja, bitte. Das war echt kurz. Mann. Ja. Hm. Hm. Gerne, ger. Mhm. Hm. Was gibt's hier? Oh. Großer Tank. Mit was? Ja, dann mach's nicht. Mhm. Was ist denn das? Warum packst du denn da rein? Der packt immer mit der Hand, oder? Mhm. Ist das eine Zange? Oh. Ah. Stimmt, das war eine Zange. Ja, nehm doch mal... Hm? Ach so, ja. ...ein Stück Fleisch, oder? Was hat das denn? Ich nehm mal ein Stück Fleisch daraus, hast du recht. Bedien dich. Was genau ist das? Weiß ich nicht. Irgendwelche... Androids. Ja, so funktioniert das nicht, ja? Ja. Cool. Terminal. Äh... Ah, Klima, Ladepersonaldaten. Nicht installiert. Ah! Genau. Packen wir Joey rein? Ja, ja, ja. Machen wir das? Joey, Joey, da bist du. Nee. Hier unten? In den Schrank, genau. Pack mal Joey in den Schrank. Hm. Ah, Joey sind 850 Megabytes. Ja, guck mal. Eröffnungsprogramm. Das denn... Moment. Nee. Klicke nochmal Ladepersonal. Ah, bereits geladen. Ah, okay, sorry, okay. Ähm... Was ist denn das hier? Ja, starte vielleicht, ne? Welches denn? Eins. Aha. Das war bereits definiert, okay. Okay, und dann drei. Dann drei. Aha, oh. Ah, ja. 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 Oh, gut, dass wir das... Also ich meine, ich kenne nur Ken von Barbie, ne? I can think of, we're dead. Blende it. It will be my mission in life. Super. To make the name Ken synonymous with dorks. I love. Super. How do you like your new body? It's wonderful, sir. There's just one thing. What's that? When will I show you the accessives? I don't know what you mean. Ja, so ohne Kleidung, ich meine. Tja. Ne? What did he mean by a family reunion? Since your mother was killed... Nooo. That leaves only my father. Ui. You never speak of him, do you? No. That's because I can't remember him. Can't or won't. Oh. And... Are we close to Link's core? Almost certainly, sir. I can sense its presence. Hm. In a strange and mysterious way. Cool. Like the old man. The pictures in the campfire. He saw it too. The evil beneath the city. And then he died with the rest of the tribe. This isn't the time for remorse, sir. You must destroy the evil and avenge their deaths. Okay. Schon gut. Never mind. Was gibt's hier? Was gibt's hier? Wieder irgendwelche Tanks. The metal is solid and impenetrable. Hm. Da irgendwelche Venen hier. Was sind das? Wenn so platt. Ah, okay. Da muss das mitmachen, ne? Hm. Aber ich wollte nur mal ganz kurz gucken. Da war irgendwo noch eine Tür. Ich wollte gucken, was das war. Wo der andere herkam? Nee. Nee, nee. Da sind wir jetzt. Ah, ja, stimmt. Sondern, ich meine die hier. Das ist die andere, die du nicht aufmachen könntest. Ach so. Von dieser Seite. Okay, okay. Das wollte ich nur wissen. Aber, aber wir haben uns, ähm, wir haben die Sicherheitskarte von den Einer. Stimmt, stimmt, stimmt. Und damit, mit Sicherheitskarten können wir normalerweise die Matrix reinnehmen. Ja, hast du recht. War das hier, ja, ne? Stimmt, da war doch was. Genau, hier, hier war ja so ein Terminal. Dann machen wir das so. Äh, die richtigen Pixel treffen hier. Ja. Ja. Dann setz dich. Ah ja, es ist eigentlich immer dieselbe. Du sollst das Auge blind machen. Naja, ja, genau. Es ist eigentlich immer dieselbe Umgebung, aber wir haben immer andere Tools. Göttlicher Zorn. Siehst du, den hatten wir vorher nicht. Mhm. Ah ja, gut, das ist, äh, okay. Das ist also der göttliche Zorn. Und wie geht's da hin? Hä? Kristall? Was, das ist vielleicht? Polio-Kristall-Anwendung vor 100.000 Personen schützen. Das ist vielleicht, ähm, das Virus, das, äh, der Gärtner da gelassen hat für, äh, für Anita. Ah, ja, 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 ja. Oh, da müssen wir vielleicht nochmal mit Anitas Karte dahin, ne? Vielleicht hat die irgendwas. Ah, ja. Dann, äh, die hier. Eine Waffe und das abzuholen. Ja, vielleicht. Stimmt, weil sie hatte nur nichts, um den Ritter da zu töten. Genau, genau, den haben wir ja jetzt getötet, äh, beseitigt. Mit dem Zorn-Gott. Mit dem Zorn-Gottes. Genau, die Stimmgabel haben wir hier auch von dieser Plattform genommen mal. Mhm. Und jetzt, ähm. Das Auge ist nur manchmal böse an Höhen. Ja, ja, nur manchmal. Ah, das war's so schön. Oh. Ja. Okay, machen wir nochmal. Also nochmal. Das erinnert mich auch so ein bisschen an Sanitarium, dieses... Ja, ne? Das Ding. Für die Leute, die Sanitarium noch nicht gesehen haben... Äh, kann man jetzt mal nachholen, ne? Genau. Natürlich nach diesem Spiel, versteht sich. Eine Mal eine Linie im Spiele, vielleicht. Ja. So, also, jetzt gehen wir hier durch. Okay, jetzt haben wir... Ah, den Oscilan, den hast du da... Ah! Sogar als da gefunden. Ja, genau, stimmt. Okay, was war das? Virus. Mhm. Vielleicht brauchen wir den nochmal für irgendwas. Ja, für Link halt eben, ne? Für Link, ja. Klar. Ja, ja. Hast du das Virus jetzt, oder? Ich... Nee. Was ist das? Ist das Fleisch da? Äh. Nee. Moment. Äh. Keine Ahnung. Okay. Jetzt haben wir das Virus, ja, für. Aber wir sind ja noch nicht durch diese Tür gegangen, ne? Ich meine, vielleicht brauchen wir hier Ken's Hilfe. Mhm. Weil das kitzelt uns, vielleicht ihn nicht so. Ja. Naja, weil das steht so als beide Hände. Ja, genau, richtig. Ne. Es brennt. Ja, kitzeln, oder? Ja, gut. Leg mal deine Hand da drauf. Place your hand on that lock sensor. With pleasure, Sir. Oh, wie nett. Wer bittet denn den nicht mehr? Nee. Uh. Ja, gut. Oh. Opala. Geht's dir gut? Hey, Rubberman. Okay. Na. Super. Ah, weil das aus Gummis ist. Ich will nicht, dass ich dich hier hier verlassen werde. Ich werde frei in keinem Zeitpunkt, Sir. Habt ihr das? Äh, was? Nein, ich habe nicht. Warum? Ja. Nee. Ja. Ja. Ja, okay, wir gehen. Wir finden schon eine Lösung. Tja, dann auf Wiedersehen. Äh, war nett mit dir, too. Oh, was ist denn hier? Oh, wir sind schon näher an der Link. Ja, schau mal. Das sieht alles sehr organisch aus hier. Oh, Halterung. Ja, das sind ja auch Stufen. Ja. Ah, da kannst du den dreckigen Ding schmeißen dann. Welches? Da, zum Beispiel. Das hier? Ja. Ah, vielleicht müssen die weiter präparieren. Aber irgendwie, weißt du, weil ich glaube, das futtert die, das Ding. Ah, okay, okay. Und dann, wenn du denn da was nicht gut ist. Ja, das könnte sein. Was macht man hier? Seil oder irgendwas? Ich meine, das ist ein Kabel, aber... Ah, er macht es. Äh, oh. Okay. Aber gut, ich gehe mal, ich gehe mal zurück und dann gucken wir mal, was wir da mit diesem Futter machen können. Ja, ich hatte gedacht, die wäre schon kaputt, weil... Ja. Es sah schwarz aus, aber... Was ist kaputt? Das Fleisch, weißt du, das Fleisch... Ach so. ...in dem Tank ist noch rot. Hm. Und was du dabei hattest, war schon schwarz. Komisch. Weil es nicht mehr lebt, in dem Tank, meine ich, ne? Ja. Seltsam. Jetzt haben wir noch eins. Guckst du dir jetzt an? Siehst du, das ist jetzt noch rot. Ja, das ist rot. Hä? Crazy. Was macht das hier? Das ist noch nix. Okay. Ah, verriert die doch mal. Ah ja. Oh, jetzt ist es zum Beispiel schwarz. Ja, 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 dann nimm eine neue. Oder dann doch? Ah, nee, dann so. Okay. Ah, okay. Ja, dann nimmst du doch eine neue. Ja. Und die frierst du. Ah. Während die noch gut ist. Okay. Interessant. Okay. Ja, und das können wir da. Versuchen wir es mal. So eine Tiefkühlpizza. Hier. Genau, und da die nur vegan ist. Dann kann man. Okay. Genau, Glutät frei, bitte. Alles Gute, Joy. Alles Gute, auch privat. Hüpf! Kann man auch an dem Kabel runter? Nee. Na gut. Dann nicht von da, sondern vor das. Hier nehmen wir doch die Leiter. Ist vielleicht sicherer. So, und dann? Jetzt explodiert alles und dann hältst du dich an Karl fest. Okay. Gut, dass wir das dann da aufgehängt haben. Wohin? Hm. Na ja, super. Könnte er recht haben. Ja, dann muss das mit dem Fleisch was anders sein. Vielleicht kann man dann den Computer, wo das Fleisch ist, sich einwählen und da das Virus installieren oder so. Vielleicht. Und dann Fleisch nehmen. Hm. Nachdem wir ein Virus installiert haben. Ja, ja, genau. Irgendwas müssen wir damit machen, ne? Mit dem Virus. Ja, 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 weil wahrscheinlich ist das Fleisch jetzt noch gesund, ne? Ah, ja, nee. Wir wollen nichts Gesundes hier. Für dich nicht. Nee. Mal gucken. So, also, wo gibt's denn hier den nächsten Computer? Ja, also, hier nicht. Nee. Die wollen wir nicht aktivieren, haben wir erfahren. Das wäre nicht so gut. Ja, stimmt. Äh, genau. Da können wir nichts mit machen. Ja, es muss da hier sein. Ja, eigentlich schon, ne? Ah. Aha. Ha! Uh! Okay. Und jetzt, äh... Jetzt vielleicht. Virusfleisch. Virusfleisch. Und dann... Ja, darauf kann man gar nicht eigentlich... Nee. Und jetzt eigentlich nochmal einfrieren, ne? Ja, ne? Ja, damit das nicht irgendwie... Damit das länger frisch bleibt. Ja, gut. Damit das Virus länger frisch bleibt. Genau, damit sie. Aber das erinnert mich auch, wie du sagst... Äh, nee, nicht Sanitarium. Ähm... Phantasmagoria 2. Ja. Ja, da ist auch wieder so die Technologiewelt mit diesen... Das war irgendwie beliebt in den 2000er. Ja, ich schau mal. Dieses Organische mit Virus und keine Ahnung. Weil so ist auch irgendwie der Showdown von Phantasmagoria 2. Phantasmagoria und Sanitarium. Für die Leute, die Phantasmagoria nicht gesehen haben... Teil 1 ist eine der besten. Ja, und Teil 2 ist trashig, aber immer noch sehenswert. Und nun? Ah! Oh, jetzt sitzt... Oh, ah! Hihihi. Okay, und jetzt? Ah, deswegen. Na dann. Viel Glück. Wee! Okay. Huch! Ähm, hallo? Und sonst so? Oh! Ähm. Ah! Ei! Ähm. Ähm. Tja. Uh-huh. Uh-huh. Link needs a replacement for my brain. What? And the best choice was someone related by blood. Oh! It sent Reich and his goons to bring you here. Ooh! Link killed Reich, when he threatened you. But, if Link wanted me alive... Uh... Why did it wreck the helicopter? That was my during. Ah! Oh, jetzt ist er halt da, ne? Oh. Oh. Oh, ne Hand. Äh. Oh. Oh. Ja, nie. Oh, nein. Ähm. Father, tell me what to do. It's too late, Father. Link has beaten us both. Uh-huh. Nein, stop it. What? Oh, nein. Oh, nein. Are you alright, sir? Äh, nie. Das sieht nicht gut aus, ne? Ich glaube, das ist das schlechtmöglichste Ende, oder? Boster? Boster ist... Na. Super. Ah, nein. Und nun? Nun frage ich mich. Gibt es ein anderes Ende, oder? Das erfahren wir. In der nächste Folge. Okay. ol. Bei euch. Untertitelung des ZDF, 2020